Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich habe die Knochennadel von Andreas Gruber als Hörbuch gehört. Ich bin noch total geflasht. Der Wiener Privatdetektiv Peter Hogarth erinnert mich an Professor Robert Lendon. Wer den Brauen mag, kommt an die Knochennadel von Andreas Gruber nicht vorbei. Die 14 Stunden und 28 Minuten vergingen wie im Flug. Schauplätze wechseln sich rasant ab, Morde passieren am laufenden Band, es gibt keine Zeit zum Inhalten. Peter Hogarth begleitet seine Freundin Elisabeth nach Paris. Die Kunsthistorikerin soll einer Auktion in der Aubergarnier beiwohnen. Hier wird die historische Knochennadel versteigert. Das Ganze soll schnell über die Bühne gehen. Danach ist ein mehrtägiger Kurzurlaub geplant. Jedoch verschwindet Elisabeth und die Knochennadel. Kurz darauf werden Antiquitätenhändler brutal überfallen und getötet. Für die Polizei ist klar, dass Elisabeth dahinter steckt. Peter Hogarth kann sich das nicht vorstellen und beginnt selbst zu ermitteln. Wobei er sich immer mehr in die Sache verstrickt. Kann er seine Freundin noch retten? Die spannende Geschichte führt uns zunächst nach Paris, wo viele Top-Sehenswürdigkeiten als Schauplätze dienen. Man bekommt richtig Lust auf einen Kurzurlaub in Paris. Dann gibt es einen Abstecher an die Atlantikküste nach Le Havre. Der Showdown findet dann am Mittenmeer bei Monaco statt. Die Protagonisten, vor allem das Ermittler-Trio Hogarth, Kohlschmidt und Kommerzialrat Rast, haben sich gut ergänzt. Auch das Motiv der Verbrecher ist schlüssig und stimmig aufbereitet. Es gibt keine langweiligen detektivische Aufarbeitung von Spuren. Hörbuchsprecher Achim Buch gefällt mir sehr gut. Und ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass sie vielleicht wirklich mit der Knochennadel abgehauen ist? Konterte Kohlschmidt. Ich fasse es nicht. Er spricht mit verschiedenen Stimmnuasen. Jede Person liest er mit einer anderen Stimmlage. Er gehört in meinen Ohren zu den Top 5 der besten Hörbuchsprecher. Das Hörbuch ist in sich abgeschlossen. Die ersten beiden Fälle muss man nicht gehört haben. Auch für mich ist die Serie neu. Aber ich werde mir die ersten Fälle auf jeden Fall noch anhören. Zum Fazit. Eigentlich habe ich schon alles erwähnt. Ich fand das Hörbuch genial und kann es weiterempfehlen. Deshalb bekommt es von mir 5 Sterne. Das Hörbuch wurde uns als Rezensionsexemplar von der Penguin Random House Verlagsgruppe zur Verfügung gestellt. Dafür vielen Dank. Wenn dir die kurze Rezension gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann schreibe deine Meinung als Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniere nicht vergessen. Musik Musik